Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen bei Dead Space und dem Kapitel 5 Tödliche Hingabe. Wir sind unterwegs zum Wissenschaftsdeck und zur Krankenstation. Und ich hätte den Ton vielleicht doch ein bisschen leiser einstellen sollen. Ach, wieder romantisches Licht. Wäre doch nicht nötig gewesen. Nur für mich. Ihr seid echt zu gut zu mir. Scheiße, Isaac! Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Ja, hast du das letztes Mal auch gesagt. Sie kann die kontaminierte Luft bis dorthin, wo immer sie auch in Sicherheit ist, riechen. Was soll ich denn sagen? Hier liegt Blut drum. Hier sind Sachen und Dinge und Lebewesen verwest, verblutet und auseinandergenommen worden. Und das ist ihr einziges Problem. Ich gehe shoppen. Ich gehe jetzt shoppen. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Ich bin selber beim Gucken, was haben wir denn im Winter. Medipacks sind immer gut. Stasen nehmen wir einmal mit. Plasma brauchen wir sowieso. Ripper eher weniger. Ja. Und dann dafür lieber, 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 lieber. Bisschen Plasma, ne? Oh, apropos, ne? Das Nachladen vergessen. Bling. Äh, ich mache jetzt die Rendale. Ich habe die Schnauze voll von euch allen. Ja. Okay. Nein. Wird ernst bei der Sache? Ja, okay. Den Raum kennen wir ja, ne? Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind Sie blind wie der Rest? Nee, noch nicht. Ich bin hier. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Tja. Dafür würde ich sagen, zu spät, ne? Ich hasse jetzt schon das, was auf mich zukommen wird, aber... Wir werden es erledigen. I'll be back. Hör ich jetzt Herzschlag? Das kann nur unser sein. Aha. Na komm schon. Na komm her! Komm her, du hässliches Vieh! Ihr kleine Mistviecher. Ihr kleine scheiß Mistviecher. So, da hat sich der andere das letzte Mal den Kopf angeschlagen. Das Licht war doch eben noch nicht an. Oh Mann. Ja, da sind wir wieder zurück. Oder Stimmen im Kopf fallet die Klappe. Ich verstehe sonst meine eigenen Gedanken nicht. Da klebt er an der Wand. Workbench. So, der wartet ja auf uns, ne? Der ist so freundlich. Was können wir denn machen? Ich glaube, den Plasma-Krater. Tempo. Machen wir Tempo und Nachladen. Kapazität ist auch nicht schlecht, ne? Komm, wir können noch einen so in Kapazität stecken. Nachladen wird um... Erhöht um 0,2... Was ist denn besser? Ich weiß es nicht. Komm, wir machen einen in Tempo rein. Und ansonsten... Die RIG. Trefferpunkte. Da brauch ich drei Stück für. Alter Schawitzki. Okay, das lassen wir erst mal. Chinese. Reichweite. Haben wir das letzte Mal nicht gemacht, ne? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Energie und Dauer. Keine Ahnung. Oh, da müssen wir erst mal zwei so reinstecken. Nö. Nö, 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 nö. Und irgendwie... Entschuldigt. Oh, Mann. Jetzt ist aber gut hier. Ist mir das gewaltig auf die Stimme gegangen. So. Oh, kleines Mistvieh. Das bringt, glaube ich, nichts, ne? Nö, wir können ja hier nicht durchschmeißen. Ähm, 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 ähm. Oh, shit. Moment, Moment, Moment. Alles falsch hier. Hat er da jetzt einen... Aber hat er, ne? Hat er. Scheiße. Tentakeln, Tentakeln, Tentakeln. Oh, jetzt hat er so ein Ausgebot der Hölle hier. Scheißvieh. Wieso trifft der mich und ich ihn nicht? Ah, komm, ich hab doch alle... Nee, da ist noch eine Tentakel. Ist da noch. Aber wieso krieg ich die nicht klein? Bah, die explodieren mir jetzt hier. Ja, da oben der Ecke ist auch noch einer. Ich seh dich doch. Ich seh dich doch. Na, komm. Na, komm. Ja, das nenne ich Killing in Zeitlupe. Der ist jetzt... Ja, der ist jetzt tot. Aber der explodiert hier gleich noch. Moment. Na, komm, explodier. Danke für die Kooperation. So. 2200. Na ja, immerhin, ne? Ich muss ja jetzt wieder... Ach, ja, ja, ja. Hm, ja, ja, jetzt langsam. I remember. Ich erinnere mich manchmal an zu viel. Sachen. Manchmal wäre es mir lieber, wenn ich mich nicht so erinnern würde. Hier. Hier. Komm. Komm. Zwei haben uns immer gereicht. Okay. Oh, dieses Scheißteil. Toll, danke. Gerade jetzt, ne? Oh, Kinnings. Das ist doch nicht wahr. Wir springen da gleich rüber. Aber wir haben ja, glaube ich, glaube ich, einen Stase-Park. So. Noch mal das Ganze. Moment. Moment, Moment. So, jetzt kommen wir langsam wieder zurück. Ganz langsam. Ich sterbe gleich wieder, weil ich hier durch das Ding zischelte. Ja, toll. Das war, glaube ich, der letzte. Schock-Effekt. Moment. Du bist in der Nähe der Chemiestation. So weit du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnung mal diesmal nicht mitnehmen. Ja, ja, ich weiß schon, DNS-Probe. Hm. Ich sag nur, ich hab so viele DNS-Proben von den Viechern an meinem Anzug kleben, dass ich das schon gar nicht mehr brauche. Aber Kendra will natürlich eine Extra-Probe haben. Natürlich. Ist ja nicht alles schon beschissen genug. Fahrstuhl. Waren wir das letzte Mal in dem Fahrstuhl? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir in dem Fahrstuhl waren. Aber egal. Ich habe jetzt einen lebendigen... Ja, ja. Das haben wir alle schon gehabt, Mercer. Ich will das nicht. Ach, das ist tatsächlich die Stelle, ne? Es ist tatsächlich die Stelle. Ich will das nicht. Ich will da nicht rein. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe da nicht rein. Oh, fuck. Ich gehe da nicht rein. Ich will das nicht. Leck mich am Arsch. Ich will das nicht. Ich gehe da nicht rein. Das hatten wir nämlich schon mal. Ja, ich hecke die Tür für dich, Isaac. Genau. Ich glaube, ich kenne sogar noch den Wortlaut. Isaac, ja, ich höre euch flüstern. Ich gehe da nicht rein. Hallo, Baby. Ich bin zu Hause. Willst du auf ein kleines Tänzchen? Achtung. Du kannst es nicht, Isaac. Es regeneriert sich. Es wird bearbeitet. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Jetzt klopfen. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Ja, wenn das dann die größte Schöpfung ist, dann nein, danke. Komm, Kendra, sag es. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde da. Komm. Sag es, Kendra. Sag es. Kendra. Tür hacken. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Verschwinde da bloß. Mach es schon. Geh auf! Ich höre die feuchten Fuß tapsen hinter mir. Ist doch nicht wahr. Leck mich am Arsch, Hammond, du Arsch. Ich habe eh gespammt, aber ich hatte noch nicht mal die Chance dazu. Ähm, Moment. So, Hammond, sag es nochmal. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm. Kendra, ist da jemand? Hammond, wo ist denn Henker? Wann ich denn? Ich habe die Hydrostation erreicht. Sieht übel aus hier unten. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff riecht überall. Meine Augen brennen. Mensch, du Scheißvieke drauf hier. Also, ich glaube es doch jetzt nicht. Mistviecher. Und die lassen doch nicht mal was droppen, die Scheißteile. Moment. Oh, wow, 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 wow. Ihr seid hässlich. Ihr seid klein, hässlich und keine Ahnung was. Ich bin jetzt fast gewillt, da einen Energieknoten reinzustecken, weil ich doch jetzt ein bisschen... Nein, 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 zu wertvoll. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Jetzt bin ich irritiert. Jetzt bin ich irritiert. Hey, off. F-Man! Du musst jetzt eine DNS-Probe der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Mercer hat offenbar damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Also, ich war jetzt kurz davor zu sagen, Wucherung am Arsch. Aber das ist zu ordinär, ganz ehrlich. Es ist doch ein bisschen zu ordinär, oder? Tja, Energiekanola haben wir noch nicht gehabt, ne? Flammenwerfer war natürlich für die kleinen Viecher recht gut, aber ganz ehrlich, irgendwie... Was kosten die Teile denn? Strahlenkanone hatten wir auch noch nicht. Wir hatten nur das Impulsgewehr, den Flammenwerfer hatten wir auch noch nicht, aber... Chineser Booster kurzer Entfernung. Hydrazin Industriebrenner. Ich mach's auf die Althergebrachte, ganz ehrlich. Ich mach's auf die Althergebrachte. So! Kendra will jetzt ihre Wucherungsprobe haben. Na, dann müssen wir ihnen doch eine bringen, ne? Nanana! Ja, schnarrt er da oben. Ich komm noch früh genug zu dir. Geh auf die Tür. Geh auf die Tür. Vor allen Dingen, geh auf die Tür. Ey, ey, Tür, geh auf, du! Hallo, Ishimura-Klinik. Na, du Arschloch! Ihre Beharrlichkeit erstaunt mich. Sie klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Sie halten an dem fest, was erst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Mist, Kerl. Aber weißt du was? Es passt. Deine Kinder kriegen meine Welt. Meine Welt ist rosa-rot mit Sahnehäubchen und keine Ahnung was. Ich zeig ihnen jetzt mal meine Welt hier. Hi, Kinder. Papi ist zu Hause. Hi, Rippa-Klinik. Warum hat Papi Angst vor den Kindern? Komm schon. Ja, hi. So, Kendra, fängst du schon mal an, die Tür zu hacken, bitte? Lauf! Lauf! Dass er immer so stehen bleiben muss, ne? So, wie gefällt euch die Welt, ha? Wie gefällt euch die Welt? Gefällt euch meine Welt? Mal ehrlich, bestimmt nicht, oder? Ähm, Kendra? Tür hacken wäre nicht schlecht.